Ja, hallo Leute, hier wieder euer DOSO mit Let's Play Skyrim und wir sind hier in Weißlauf und müssen jetzt zum Wachtturm und einen Drachen bekämpfen, aber da gäbe es noch einiges zu untersuchen. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Okay, wen sucht ihr? Ah, wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwardone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Aha. Und warum? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Ja, Krieger, der Ali Krrrr. Okay. Ich werde dann das nächste Mal da hinten untersuchen. Ich glaube, das ist eine Eisenschmelze und ja, die tut da gerade was schärfen. Und da waren wir noch nicht drinnen. Und da vorne die Hütte hier können wir dann kaufen, glaube ich. Und da gibt es ja noch so einiges zu entdecken, aber wir marschieren einmal da drauf los. Und wir müssen uns auch da ein wenig präparieren vorher, denke ich. Ihr habt mir ja geschrieben, man muss da vor dem Drachen echt aufpassen. Und ja, mit dem Rüstungswert der Robe kommen wir nicht weit. Und da werden wir gleich einmal, ja, mit dem Sensenmann tanzen. Und das werden wir dann auch gleich machen. Gibt es etwa Feuers von unserem Steinbruch? Ah, du bist mit uns da rausgegangen. Egal, wir brauchen dich nicht. Wir schauen jetzt zuerst einmal gleich einmal in den Fertigkeiten, wie es da aussieht. Wir haben 160 Magikar Gesundheit, 100 Ausdauer, 100. Und verbessern können wir und tun wir zur Zeit nichts. Aber wir werden uns da kurz einmal umziehen auf dem Weg darunter, weil ich habe ja jetzt schon Muffensausen vor dem blöden Drachen. Gut so. Objekte und Bekleidung. Uns hat ja der Jarl die beschlagene Rüstung der Gesundheit gegeben. Steigert die Gesundheit um 30 Punkte und hat auch 25 mehr Rüstungswert als das, was wir tragen. Wir werden das einmal gleich anziehen. Wir nehmen sie in die Favoriten auf, nehme ich an. Und gleich einmal angezogen. Schaut ja auch recht cool aus. Und die Novizen Kapuze setzen wir natürlich auch gleich auf. Dann, ja, steigert Magikar um 30 Punkte. Könnte ja auch gut passen. Dann, was haben wir noch, was wir brauchen könnten? Den Ring des Schwachen Hiebs passt ja eigentlich. Das müssen wir dann verkaufen. Und Zaubertränke, genau. Zaubertrank der Ausdauer, Magikar und Zaubertrank der Kleinen Heilung. Davon haben wir 18. Haben wir ja selbst herstellen können, denke ich mal, war das, ja. Zaubertrank des Berserkers. Zwei Handwaffen verursachen 60 Sekunden lang 20% mehr Schaden. Bu, bu, bu. Und 22 ist auch nicht so gut. Was brauchen wir noch? 60 Sekunden lang 20. Und 300 Sekunden lang der Ausdauer. Wir haben diese Zaubertränke mal, ja. Frostresistenz, genau. Die können ja Frostarten spucken. Für, ja, 60 Sekunden. Wir tun das mal rein da. Unsichtbarkeit für 20 Sekunden. Das wird uns nicht viel helfen. Und, ja, Feuerarten hat der ja auch, den er spucken kann. Da werden wir das auch gleich einmal mitnehmen. Schwaches Gift der Lähmung und so weiter. Ich glaube, wir kommen da nicht so schnell ran. Das habe ich schon drinnen. Rolle der Massenlähmung. Rolle der Geisel der Untoten. Das ist wahrscheinlich für die Traug. Rolle der Massenlähmung, ja. Ja, nur 10 Sekunden lang. Aha. Feuerballs, ja, da können wir genau. Das wäre cool. Und entweder Feuer oder Schnee. Wenn der jetzt mit Feuer spuckt, hauen wir mit Schnee um die Ohren. Und wenn er dann Eis spuckt, mit Feuer um die Ohren. Okidoki. So weit, so gut. Gut. Aha. Gut. Beschlagene Rüstung, Flammen. Und da gleich noch einmal nachgeschaut, was für Shortcuts wir haben. Rolle des Schneesturms, genau. Und der Stahlkriegshammer. Und wir werden dann schauen, wenn der mit Flammen spuckt, müssen wir was anderes als Magiker einsetzen. Nämlich, denke ich, wir haben ja nur Funken. Ok, ja. Egal, und wenn der mit Eis spuckt, dann mit Flammen. Genau so ist der Plan, Leute. Und ich freue mich ja schon. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Irgendwas mit Feuerresistenz haben wir. Ja genau, aber nur für 20 Sekunden. Und dann, ja, das wird schon hinhauen. Wir müssen da rüber. Ok. Aber kurz mal umgeschaut. Da, ja. Und haben wir den Quest aktiviert überhaupt? Aha. Ok. Ja, passt. Die lauft dann immer rückwärts, ja. Egal, da vorn ist der Turm. Den sehen wir schon. Und es ist ja mächtig ruhig hier. Und das kann ja nichts Gutes bedeuten. Was war denn da jetzt? Aha. Schnell mal was aufgesammelt. Ja, klar. Und steigen wir dann mal auf den Hügel, um zu sehen, was da los ist. Ah, da vorn sind die Jungs schon. Und gehen wir drauf los. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo auffällt. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Und schon geht es los. Wir müssen wissen, was wir müssen wissen. Wir müssen wissen und ich rüste mich gleich einmal aus. Oh, oh. Was ist da? Genau so. Wir machen ja noch immer auf Magie und vielleicht können wir den Bogen auch einsetzen, aber ich bin mir ja nicht sicher, dass wir da was treffen. Und die haben ja auch überhaupt keinen Schadenswert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht von wegen, ja. Acht oder zehn Punkte und das, glaube ich, hält unseren Drachen doch nicht auf. Sollen wir da jetzt reingehen? Da ist ein Marker, ja, genau. Komm, spring da rüber. Aha. Wo? Sollen wir es mal mit Pfeilen probieren? Oh. Gut so. Äh, Jagdbogen fein. Probieren wir es mal. Vielleicht erwischen. Wo ist er? Ich sehe da auch keinen Marker irgendwo. Und du bist mir permanent im Weg. Aha. Ah, der speit Feuer, Leute. Ihr seid tapfer. Oh, und weg ist er. Und der versperrt mir den Weg da hinten. Das glaube ich doch nicht. Und ihr habt gesehen, der speit nämlich Flammen. Und dann werden wir nämlich das mal so machen. haben wir da oben ist er sicher. Und wir werden dann auch gleich mal, ja, leichter Schutzbildnehmer, Raserei, Rolle, Rolle, Rolle des Feuerballs und den Schneesturm und den Schneesturm werden wir dann einsetzen. Aber Zaubertank darf Feuerresistenz gerne brauchen. Hallo schon. Wo ist er denn jetzt? Verpflicht? Aha. Okay, komm her. Okay. Zaubertank der Feuerresistenz. Und das werden wir gleich mal einsetzen. Okay. Komm her. Wo ist er denn jetzt? Da. Kommen wir soweit? Ich seh da überhaupt nichts. Komm her. Ja. Wir flüchten da kurz mal, weil wir haben die Energie aufgebaut. Wo ist denn der Einzige? Wir machen da was anderes. Nämlich, äh, einmal heilen, ja. Und dann haben wir dann noch einen Zaubertrank der Frostresistenz. Nein, nein. Wir haben da noch was. Die Rolle des Schneesturms. Und die setzen wir da gleich einmal ein, ja. Okay. Ich seh keinen Gesundheitsbalken mehr. Und schnell einmal heilen, ja. Das ist auch eine gute Idee, weil wir müssen ja da auch ein wenig leveln. Und wir haben da viel zu viel in dem Zeug drinnen, ja. Ja. Drachenseele aufgenommen. Und unter Schrei im Magiemenü kannst du dein Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Also eine Drachenseele und ein Schrei. Ja, okay. Und jetzt können wir einmal das wegstecken. Und Mädel, du hast dich gut gehalten. Das war ja nicht so schlecht. Da schauen wir mal. Wir nehmen da Drachenknochen und alles Mögliche, ja. Nehmen wir doch gleich einmal. Und dann rüsten wir mal aus unter Magie den Schrei. Wo ist denn der? Unerbittliche Macht. Gleich in die Favoriten. Das hatten wir ja schon. Okay. Und jetzt ausrüsten irgendwie. Wo ist der unerbittliche unerbittliche Macht ausgerüstet? Und benutzen wir das einmal, ja. Ja, schau, schau, Leute. Das kommt ja gut. Irre Leid. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Sind wir das? Ja, wovon redest du? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen in Himmelsrand gab, töten die Drachenblut-Helden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was... Nun, ihr kennt jetzt einen Schrei. Den kanntet ihr vorher noch nicht, oder? Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Wovon redet ihr denn? Stimmt. Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenblut-Helden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachenidiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenblut-Helden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irillet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irillet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblut-Geschichte? Ja, sag mal. Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Mord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachengut. Okay, reden wir mal. Diesen Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlauf anzulegen, was? Okay, gut. Du? Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Perfekt. Und ihre Leitkomme, ja. Ich übernehme hier fürs Erste das Kommando. Ihr kehrt nach Weißlauf zurück und teilt dem Jarl mit, was geschehen ist. Gut so. Ja, das werden wir auch dann gleich tun. Ich mache hier... Ich bin froh, dass ihr an unserer Seite kämpft. Ja, Wache, okay. Wir machen hier klar Schiff am Schlachtfeld. Da gibt es ja einiges zu plündern und wir sehen uns dann wieder auf dem Weg zum Jarl, denke ich. Ja, und es war ja nicht einmal so schlecht, dieser Kampf. Ich denke, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Mit dem Heilzauber und so müssen wir noch ein wenig Arbeiten üben, aber ansonsten so diese Magierollen und was weiß ich noch alles. Ja, zum Einsetzen. Ja, wir bringen das schon. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihr mir nicht weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso mit dem verschwundenen Elf wieder. Den kann ich jetzt wieder suchen gehen. Verflicks noch mal. Ciao. Ich bin froh. Ich bin froh.